Hallihallo meine lieben Freunde und Sein Damen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge GTA 5 Online Custom Maps zusammen mit dem Fuxi und dem Basti. Hallo, Crowe Wusson. Wir spielen die Skilled of Viking Warwild Map und ich glaube... Auch von Warwild. Ich glaube, Fuxi hat dafür das falsche Auto. Leckst du es doch. Ich dachte, was nicht erst Warwild ist. Immerhin steht da der Name von Fuxis Lieblings YouTuber. Fuxi... äh, Loser. Ach nee, da muss ja Floft stehen. Floft ist ja Fuxis Lieblings YouTuber. Eigenlump stinkt. Ich krieg's bis hier rüber. Ja, jetzt riech ich's auf, wenn du's sagst. Die 10 Meter riech ich auf jeden Fall. Ach nee, ich glaub, Basti hat dich eingekackt. Nee, ich war aufs Klo erst schon. Kann also nicht an mir liegen. Ach, komm, ich hab das nicht dann erhoben. Komm, komm, nein! Äh, die Dekkinge Neustart hat und ich komm da nicht hoch mit einer Karte. Äh, soll ich dir ein anderes Auto geben, warte? Ähm, respawn mal. Super, ähm... Wie heißt das Auto, was ich hier gerade hab? So. Hast du jetzt einen Osiris? Ja. Okay. Sag einmal Wisch. Gut, danke. Ja, danke. Hä, als ob Basti vor mir ist. Ja, weil ich keine Scheiße gebaut hab. Loll. Zum ersten Mal. Ich war ja noch unsozial und hab Fuchsi ein Auto gegeben. Also Fuchsi, wenn du nochmal ein Auto brauchst, einfach Bescheid sagen. Ja. Oh Gott. Ich meine, die Warlords hier sind einfach. Ich weiß aber nicht, ob man die mit dem Auto von Fuchsi schafft. Ich weiß nicht, ob ich das weg. Och nö, vorbeigeflogen. Was ist das hier für ein krasser Flip? Alter. Oh, wer ist denn da vor mir? Nein. Ich bin, ah, ich bin vorbeigeflogen in der Plattform. Ich auch. Aber der Flip ist, ja, der Flip ist geil, aber... Ich gehe nichts. Wo muss ich hin? Unten auf die Plattform. Ah, hier, okay. Ich bin, ich bin vorbeigeflogen in der Plattform. Das schafft ich. Komm. Nenn. Nenn. Okay, daneben. Ich auch. Muss man den Flip hier mitnehmen? Weil ich hab jetzt... Wahrscheinlich. Ich hab den jetzt nie mitgenommen und jetzt sieht's noch bescheuerter aus. Ja. The ride we lose. Oh, schade. Hm. Ja. Und, sieht gut aus. Ja. Ja, ich hab's. Okay, nee, ich hab's. Doch, hab's. Hab ich's? Hab ich's? Hab's. Hab ich's? Easy. Mit dieser Scheißkarre. Hast du den Flip mitgenommen? Ja. Ah, so knapp schon. So knapp immer wieder irgendwie. Ja, komm. Okay, das sieht gut aus. Das sieht ja, okay. Passt du's? Ja. Also noch hab ich den Punkt nicht, also noch nicht mit Raketen mehr verraschend. Jetzt hab ich den Punkt. Ich hab ihn immer noch nicht. Wo muss ich hin? Oh. Oh. Bruh. Steck fest. Aua. Aua. Unfall. Unfall. Die Web ist zwar nicht schwer, aber die hat nichts zu tun. Ich lege da unten immer Penis an dem Gebäude, da steht Penriss oder Penriss oder so, aber ich lege da immer Penis. Alles klar. Auf die Hülle. Ach so, ja stimmt, da war ja was. Ey, wie soll ich denn jetzt bitte hinkommen, du? Fuchs, brauchst du ein Auto? Warte, ich würde mich übrigens einmal wohnen. So, ich flieg immer vorbei irgendwie, hat ne scheiß Form. Ja komm. Okay, ich hab schon. Oh, falsche Rüttung. Nein! Steck mich. Und zwei. Hast du immer noch diesen Flip geschafft? Nein. Ich flieg immer so knapp vorbei. Basti, äh, will schon am, ach ne, das liegt ja nicht am Auto. Das ist einfach so. Hä? Anger das Skill. Ja. Ist nicht. Oder auch nicht vorhanden. Skill.exe not found. Skill.exe never existed. Skill.exe never existed. Never existed. Ich fliege immer so knapp vorbei. Ich flieg immer so knapp vorbei irgendwie. Ja, eben. Ja, gut. Ich bin einfach scheiße wahrscheinlich. Ja. Ich hole dich jetzt. Ich hole dich ab, ne? Ja, ich hole ihn auch gleich ein. Komm, lass zwei. Fuxi, ich will jetzt auch was drei machen. Gib's der die. Komm, gib's der die. Ja, komm, wird gut aus. Ich hab verkackt. Ich hab auch verkackt. Das sieht immer so gut aus am Anfang. Ja, also. Wenn man so näher rankommt... Und dann eben. Ja. Erst dann merkt man, dass man verkackt ist. Dreh dich doch mal! Und First Drive, First Drive. Nein, ne? Okay, nie. Wir verkackt. Komm, wir. Kann man mit nem Auto irgendwie gleiten? Gibt's da nen Trick? Ja! Nein! Nein! Ich bin abgebounced! Fuxi, Fuxi, Fuxi! Ich war First Drive drauf, bin aber abgebounced. Ich hab halt einfach nen Fall schon genommen. Richtig so. Oh Gott. Oh, Basti, nicht schummeln! Ja, Pech gehabt, wenn ich auf den Raum springe. Wenn ich jetzt über die Füße rüberspringe, das ist jetzt auch. Nein! Ich spring jetzt nicht, ob jetzt das kommt. Nee! Nee! Nein! Fuxi! Nein! Alles klar! So, jetzt kann ich ja singen, you spin my head right round! Nein, zu kurz! Nein! Futter gefallen! Ich weiß, wie man's easy schafft. Wie? Du darfst nicht diese Rampe benutzen, du musst sofort abspringen und vor die Rampe benutzen. Vor den Speeds oder wie? Oder nach den Speeds? Ja, das ist nur ne rote Rampe, ne? Ja. Scheiß einfach auf die Rampe. Ich probier's nochmal mit jetzt. die Räten aufkommen. Du hast einfach nur gucken, dass sich die Reifen aufkommen, Robertus, Katar, Stahl, Uehe, jetzt kommt, ja, bitte. Du. Nein, das war natürlich, ja, genau. Du, du, du. Du. Du, du. Du, 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 du. Du, 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 du bist jetzt gut. der ist nicht einfach mit dem Polen halt stopp ich bin gar nicht da das liegt ja auch noch mehr was bin ich das schon geschafft ne ich hab's geschafft und steck fest ich komm nicht weiter aaaaaa ich hab den Polen aber ich glaube nicht ich schließe dich rutsch auf aus dem Polen die Blutten ich bin auch geschafft die Rutschung die Probe zuvor ab der Bekort Brot ist nur noch ein paar Jahre Ende ja und da bin ich nicht drauf sondern ich bin mit einer Seite oder mit mehreren ganz leicht die Zins es gehört die wichtigste hier abnehmen warum habe ich jetzt nicht und das also gut aus durch diese gleichen Wesen er hätte jetzt so gut geführt wird die Menschen gab jetzt vielleicht sich hilft ich würde ich feste ich versuche ich war damals so ein Idiot und hat die Remixer alle unterschiedlich laut gemacht Jetzt ist die Rampe zu klein gewesen. Ich glaube, ich kann doch nicht, dass sie das gebrochen haben. Ich komme hier nicht raus. So, letzter Versuch noch. Ja, jetzt sieht's gut. Nee, okay, leck mich. Komm doch nicht nach oben! Ich mach den Punkt jetzt auch mit Fallschirm. Du machst ihn nicht mit Fallschirm. Abschießen. Du machst den Punkt nicht mit Fallschirm. Abschießen. Ich hab Angst. Abschießen. Abschießen. Sag mal, wie komme ich nicht wieder auf das... Fallschirm. Komm ich drauf da? Fallschirm. Was, eigentlich bringt man nicht der Konzept schummeln? Wir müssen Fallschirm. Nee, nee, wir müssen hier, wo ich bin. Ich kann eigentlich noch hier rüberfahren. Hat den Sprung! Aua! Du, kleine Friesfehl. Falschirm. Das wäre mal schön. Weck den, weck den, weck den, guck 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 den. Ich bin und guck den, guck den, guck den, guck den, guck den, guck den. Aua! Jetzt bin ich auch wieder hier! Guck dir das an! Oh! Siehst du, nur wenn ich zugucke, geht's! Fuck, hab keinen Fallschirm! Nein, jetzt hab ich's nicht geschafft! Ich hab keinen Fallschirm! Ja, dann... PGH! Du solltest eine Leiche reinfliegen! Oh! Was ist denn? Nein! Nein! Wenn ich jetzt... Ich war... Ich war einen Meter davor! Ich... Ich... Innerlich schrecklich gerade! Ich versteh's aber nicht, wie jemand bei so einem Wal-Ride verkacken kann! Oh komm! Ich bin ganz am Ende gerade voll! Achso! Ich komm nicht mehr nach oben! Ich versteh nicht, wie man den Jump schaffen soll! Basti, brauchst du in Dings? Brauchst du einen Fallschirm? Äh... Noch... Gleich... Vielleicht... Okay... Hast du... Hast du aber nichts? Äh... Scheiß! Hast du einen Fallschirm? Nein, ich bin rausgefallen gerade, ich hab keinen! Hast du aber einen? Achso, nein! Den musst du auch sammeln! Warte! So! Steig mal ganz kurz aus! Er hat mich ausgestiegen! Aber du müssten jetzt irgendwo Fallschirm erlegen! Eigentlich! Jo... Ich seh hier nichts! Ja dann! Ja... Pech! Pech gab's! Fuxi, brauchst du noch mal einen Osiris oder hast du's? Ich hab's schon! Ja... Ich krieg den Jump nicht hin! Egal, ich bin gleich im Ziel! Alles klar! Basti, bist du in Runde 1 oder 2? Zwei! Achso! Leute, jetzt hab ich's geschafft! Genau... Weh... Jetzt flieg ich drüber, alles klar! Jetzt flieg ich drüber! Zu früh gedriftet! Nein! Nein! Ich wollte noch nicht reinfahren! Oh... Oh... Oh, Gott! Okay, dann gucken wir jetzt... Fuxi schaut ihr zu! Äh... So Basti zuzuschauen lohnt sich's nicht, weil das ist... Naja... Mir auch nicht! Scheiße! Auf jeden Fall! Das war's mit der heutigen Folge! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da! Ich wollte schon fast sagen, nach unten, aber dann nach oben! Schaut auf jeden Fall auch bei dem Basti vorbei! Vielleicht bringt er auch die Folge auch, wenn er verloren hat! Auf jeden Fall! Ja... Und bei dem... Fuxi... Der... Du machst keinen YouTube, ne? Nope! Oh, schade! Dann auf jeden Fall! Nicht bei dem Fuxi, weil da habt ihr ja nichts zu vorbeischauen! Und damit verabschiede ich mich rein! Und dann bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ciao!